So Leute, ich bin's und ich habe hier gerade direkt kurz unweit vom Spawn, ihr seht es ja oben auf der Minimap, habe ich dieses Ding hier entdeckt. Warum keine Spinne spawnen, keine Ahnung, ist mir auch egal, weg damit. Das brauche ich nicht, das können sie haben. Ah ja, gut, lasse ich mal meinen Leuten, die dann hier eventuell mitspielen, die können dann da mal rin kicken. Blauer Baum. Ach, jetzt habe ich keine Waffe bei, wa? Total verjessen. Da drüben habe ich schon eine andere Blume, die ich mir hole. Oh, ich brauche ja noch eine Waffe. So. Ach, wird es eine Halswaffe auch noch? Machen wir erstmal kurz so halt. Dann grabe ich mich mal kurz ein bisschen runter, dann hole ich mal ein bisschen Stein hier eins. Oh ja, ich brauche ja nicht zählen, sehe ich ja unten. Das wäre zu viel, aber lieber zu viel als wenig. So, dich nehme ich. Also falls es leckt, ich bin nebenbei noch ein bisschen am Rendern. Und ja, jetzt erstmal kurz. So, da noch hin hin. Mit der leeren Hand kann man die wieder rausnehmen. So, das ist ein Schwert. Ach, das war eine Schaufel, genau. Schwert geht ja so. Ja, ist egal. Hier sind ein paar Küchen. Ich habe nicht vor, alle zu killen. Das sollte... Na, ich probiere mal. Ich lasse. Na komm, eine kann ich noch. Aber mehr denn wirklich nicht. Ne? Ach ja, uploaden ist natürlich ungünstig. Ja, das reicht. Ich habe genug bekommen. Das heißt, der Rest geht an die Leute, die das zuerst halt finden. Oder die das zuerst auf den Servers. Schön. Da habe ich dann wenigst eh eine Blume, die ich brauche. Deswegen nehme ich jetzt auch noch auf, weil, ja, danach, das erkundet, mache ich wie gesagt offscreen. Und ja. Dann sehen wir uns halt demnächst wieder, wenn ich entweder einen Swamp-Bajon für Slimes gefunden habe oder eine Wüste. Also, bis gleich. So, nachdem ich ein bisschen gelaufen bin, ist eigentlich nicht ganz so weit. Also, es geht eigentlich. Hier bin ich ein bisschen außen rum. Habe hier auf dieser, oder auf dieser habe ich noch ein bisschen Zuckerroh gefunden. Aber, ja. Schafene, danke. Und ja. Dann habe ich hier erstmal noch ein paar von diesen Blumen. Müsste ich natürlich aufsammeln. Ein paar lasse ich natürlich immer übrig. Ihr wisst ja warum. So, dann habe ich jetzt schon mal die Hälfte, sage ich mal. So, wie viel brauche ich denn? Ich meine, ein paar lasse ich wieder hier. Aber wie viel brauchen wir denn? Ich brauche... Ja, das ist ein Mini-Creeper. Passt mal auf, passt mal auf, passt mal auf. Der sollte eigentlich, wenn er explodiert, der lächelt und der sollte Feuerwerk machen, wenn er explodiert. Nee, ich testet gar nicht erst. Gut, also da sind wie gesagt dann noch ein paar... So, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein Thrompaio. Ich renne mal jetzt, ach, geht das schon nicht mal mehr. Gut, na dann, ähm... Huch. Ah ja, ich bin nebenbei noch am Rendern ein paar Videos. Was sagen wir, das geht jetzt aber gar nicht. So, jetzt geht es wieder halbwegs. Ein paar Kakteen natürlich mitbringen. Braucht man immer. Brauche ich auch noch nicht sonderlich viel, aber so ein paar braucht man immer. Hier ist eine Note. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein Thrompaio. Und da würde ich sagen, da ich ja, glaube ich, jetzt hier nicht ins auf der Schnelle abhole, das da drüben könnte, könnte aber auch nur. Ich meine, Nacht haben wir es. Ich meine, wie gesagt, es könnte ein Thrompaio sein. Muss aber nicht. Das ist ja mal so eine Sache zwischen Können ist und so weiter. Also, dann gucken wir mal F3. F3 sagt Witchwood Forest. Ja, das ist halt ein Witchwood Forest. Zählt also nicht unter Swamp. Nö. Zählt er nicht unter Swamp. Dann werde ich bestimmt noch ein paar... Ja. Ablohnen und so. Hier sagt er nicht so günstig, wenn man... Oh, Server und dennoch downloadet was. Das ist dann schon tödlich. Okay. Ihr wisst ja, um Zeit zu sparen... Geht's mal schnell so. Die anderen, die hier machen gut, für die ihre Let's Plays, ja, kriegen zwar keine Teleportfähigkeit, Aber, ich meine, bei meinen Let's Plays, ich will... Da war das ja zum Teil schon größtens gemacht haben, das meiste. Eigentlich wohl nicht, aber... Ich möchte eigentlich in... Am Anfang schnell einsteigen. Mhm. Also, ich hatte eigentlich nicht geplant, nochmal so schnell zu sterben. Oh, nee. Lass mich in Ruhe. Okay, da kriegen wir noch einen von der Seite drin, der wirkt. Gleich ist auch noch das Video fertig, wie man merkt, das ruckelt wieder sehr stark. So, da ist wieder Wüste. Die haben wir zum Glück noch mit drin in unserem... Aber, ihr müsst da irgendwann mal auf Swamp by rumkommen. Braucht man natürlich immer wieder. Zählt es jetzt unter... Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann halt gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute, ich habe gerade mal sehr schön die... ...schöne Karte gezogen. Guckt euch das an. Oh, jetzt durch Internet mal wieder. Ich habe Swamp gefunden. Das hier ist ein Swamp-Biome. Slimes leider noch keine gefunden. Nur hoffenweise davon. Aber hier lässt sich die... ...dach auch wieder gut fahren. Ich denke, ich lasse es... Ne, ich nehme es mit. Oh, ein Tainted-Biome. Oh. Da hoffen wir mal, dass man wirklich was richtig gefunden hat. Dann... Also es müsste rein theoretisch ein Swamp. Ja, steht unten Swamp-Land. Aber irgendwie spawnen hier keinen. Es ist Nacht. Ich habe Monster an. Ich... Ja, was brauche ich denn noch, damit ich scheiß Dinger spawn? Raus hier aus dem Taint. Ich will sie nicht. Was brauche ich denn da, damit ich... ...mit da so eine Shit-Dinger spawnen? Hm. Ich muss vielleicht wieder ganz weit wegrennen. Muss dann wieder hinlaufen. War nur vielleicht. So, ich meine, wie weit sind wir denn jetzt schon weg? Ja, das ist so. Ach, hier mit dem... Ja, geht schon los mit dem Taint. Was ich hier lustig finde, man kann hier wie gesagt zurück scrollen und sehen, wo man war. Kann man bei sehr vielen anderen Minimaps nicht machen. Aber jetzt habe ich gerade gedacht, weil jetzt so aussah, dass da drüben so ein Slam ist. Dabei sind nur die blöden Punkte hier. Ja, ich denke mal, jetzt heißt es warten. Weil ich denke mal, am Tag spawnen nicht so viele. Mal gucken, Karte ist das da drüben, ist auch noch Swampland. Auf der Karte habe ich ja zum Glück ein bisschen mehr Radius. Na, jeden eins haben wir Chicken hier gefunden. Ah, du musst dran glauben. Das heißt, ich muss jetzt hier wohl wohl oder übel ein bisschen warten, darauf, dass hier mal was antanzt. Denn so kann es ja nicht weitergehen. Ich brauche ja jetzt mindestens noch einen Slime, dann können wir dir das Magma-Ding herstellen. Gut, wir könnten ja mal kurz mal bei der Hexe vorbeigucken. Dann hätten wir eventuell noch wenigstens was für diese Folge. Gut, ich meine, ich würde zwar dann wieder aufnehmen, wenn ich das Ding gefunden habe und so lange Pause mache, aber trotzdem, man kann ja mal gucken, was die so hat. Gut, aber vorher erstmal das alles aufessen, damit ich mich wieder regeneriere. Ist die Schüssel hier irgendwo? Sieht nicht so aus, gut. Dreck mal ein bisschen mitnehmen. Wo hat die alte Ineingang? Hier vorne. Ja, black kann ich so rum. Wer weiß, wer das hört. Die hat ja gerne, ich stehe keine Truhe. Ja, ist trotzdem ausgeraubt. Was für eine Unverschämtheit. Man hat die da nicht mal eine Truhe. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier auf die Slams warten. Das heißt, warten wir es nachts und dann... Ja, weiß ich nicht. Was noch? Oder? Moment. Ab zu dieser Insel. Auf diesen Himmelsinseln ist meistens so, dass da Bäume sind, die aus Schleim bestehen. Ja, bleibt ruhig, Vogel. Vogel. Das heißt, ich habe einen Baum, der Schleim nachproduziert hat. Da brauche ich mir darüber auch keine Sorgen, keine Platte mehr machen. Ich glaube, ich laufe in der falsche Richtung, oder? Ja. Nee, nicht ganz. Naja, fast. Ich hätte auch ein Boot nehmen können. Wir sehen uns. Ach nee, wester wat. Let's Play muss ein bisschen verschnellert werden. Nee, nicht drauf, das wäre cheatend. Ja. Nichts Mal schätze ich ein bisschen anders. Oder warum ist das cheat-Ding? Ey, so viel was außen habe ich nicht bei. Eine runtergehen-Ding, ab ins Wasser, hops. Aber hoch. Meine selbst, wenn ich mich gerade hochbaue, aber das muss auch erstmal ein Stück gebaut werden. Ist mir shit egal, wie es hier aussieht. Ich nehme alles mit, was ich brauche. So, zack, 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 zack. So, ich denke mal, das ist in der Mitte, wenn wir eine ausheben müssen, und ich denke mal, dann kommen wir dann schon hoch. So hoch wird das Ding ja auch nicht sein, wir können ja jetzt schon, was ich, 90, ein bisschen über 90, über 100 Blöcke, können wir ja schon hoch, oder das. So hoch wird das Ding ja dann nur noch nicht sein. So, gucken, dass wir möglichst zu einer Seite vorbeikommen. Ich baue den Turm wieder ab, sonst sieht es so blöd aus. Na. Ich glaube, das Ding kann man sogar essen. Kann ich den Baum auch mampfen? Boah, bist du neuernds. So, kann ich? Ja, das kann ich umwandeln, kann ich leider nicht essen. Ich spawne euch auch, wir sind da mehr. Aber das kann ich essen. Hau ab. Dich mag da eh keiner. Ich weiß gar nicht, womit man das abbauen sollte. Blown-Dinger kann ich mampfen, nehme ich mit. Schade, dass es daraus gehende Bäume gibt. Moment mal kurz.